Hallo und herzlich willkommen zurück, hier ist Bea von Gamers-Palest.de zusammen mit Tales of Berseria und wir sind mitten in Enominad. Das bedeutet aber, dass uns jetzt irgendeins dieser Gegner gesehen hat. Oder auch nicht. Das heißt, ich gucke erstmal, was die Expedition mitgebracht hat. Hm. Waren wir also nicht sonderlich erfolgreich, dann schicke ich so gleich nochmal los. Cool. Und wir versuchen hier weiterzureisen. Wo lang auch immer, da lang offensichtlich nicht. Hier ist noch irgendwas. Oh. Ups. Oh. Oh, we're killin'. Warte, das heißt, während ich mit einem gekämpft habe, haben die tatsächlich die anderen zwei besiegt? Cool. Oh! Na toll, sind wir beide K.O. So. Ach, da drüben ist er, macht seine Kackparade. Cool. Eine neue Schleife für Eleanor. Äh, was ist denn das? Ah, okay, ein Gegner. Ah, okay, ein Gegner. Echt, ey. Manchmal. Ah, okay. Ähm. Hier runter, aber hier ist doch irgendwie auch nichts. Außer in der Schatzkiste. Ja. Ja. Jetzt seht ihr gerade, dass ich die Marvel Avengers Beta heruntergeladen habe. Aber das ist ja nicht weiter dramatisch. So. Hier lang. Ah, und hier dann. Okay. Was ist denn das? Sieht irgendwie komisch aus. Machen erst die Kiste auf. Boah, es ist weg. Okay. Was mache ich jetzt damit? Okay. Was mache ich jetzt damit? Mal sehen, ob meine Logik funktioniert. Die besagt nämlich, dass ich sie einfach da drüben reinstecken kann. Bin ich denn jetzt? Hm. Egal. Wir gucken mal. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wassup? Geh weg, geh auch weg Hm, hier kamen wir vorhin ja raus Und da kamen wir eigentlich hier... Ah ja, das ist der Haupteingang, okay Hm... Aber hier komme ich auch nirgendwo hin Hm... Das Spiel hat mich definitiv erfolgreich verwirrt Aber was bringt mir denn jetzt dieser Ball? Ich hab das Gefühl, ich muss irgendwie da hinten hinkommen Mal sehen, ob ich schon wieder irgendwas übersehen hab Hm... Ach komm, du bist so pessimistisch, der Episode Ich hab das gesagt Wie er dumm. Gegner offensichtlich auch. Ich drück mal. Cool, ich hab irgendwas aktiviert. Wo ich hoffentlich hier mit hinkomme. Nein, aber es ist der auf der anderen Seite. Cool. Oh, manchmal. Da drüben, der ist es nämlich. Oh, ist hier Vogelparty oder was? Da drüben komme ich noch nicht hin. Nee. Geht weg, geht weg, geht weg. Das klappt immer so super. So. Komme ich hier hin? Ah ja. Oh, hier muss ich ja auch hin. Haha. Ah. Ach, wirklich? Was ist denn das? Das ist doch noch so eine Kugel, ne? Ah, und jetzt kann ich aber weiter. Cool. So, jetzt kann ich hier nämlich weiterreisen. Wow. Wow, was ist denn das? Oh, hier ist er irgendwie hübsch. Krass. Ich hab ja das Gefühl, auf so einer Rolltreppe zu sein oder so. Wow. Hallo. Ah, ich hab'n bloß sehr mächtiger. Okay. 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 So, wie sind wir da ganz schön schwach hier. Ist das nur noch einer? Ja. Also, der scheint nur viel Lebenspunkte zu haben, aber mehr auch nicht. Ohrringe. Oh. Ohrringe. Cool. Und so ne Kiste hier. Oh, der Boden irritiert mich mega. Ich hasse die Katzen, wenn sie mir nichts Sinnvolles geben. Okay, was bist du? Nein. Ohrrie. 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 Und dann war doch hier noch so ein... Genau. Was bist denn du? Ich greif dich mal an. Eine flüchtige Zelle ist das. Ich greif dich mal an. Ich sehe irgendwie nichts mehr. Aber alle haben ein Level abbekommen. Oh. Und ein Mithrilbeutel. Nice one. Oh, noch so ein Mönchding. Hi. Und irgendwas Totes daneben. Oh, noch so ein Mönchensch. Oh, noch so ein Möncheng. Oh, noch so ein Möncheng. Cool. Cool. Und dann das hier noch. Hi, was bist denn du? Ich glaube, so viel gekämpft wie in dem Video hier haben wir auch noch nicht im ganzen Spiel. So, das da oben ist sogar hinter der Tür versteckt. Hm. Und andere Dinge. Und andere Dinge? Du sagst, bürger? Ich spreche über Leute wie du. Bürger. Bürger fliehen, weil sie müssen. Laufhi sagte das lange Zeit. Das muss sein, was Rotorius war. Und noch... ist das meine Antwort? Ja. Ja. Was ist das? Und noch ein Speer? Cool. Achso, der ist aber schlechter. Hm. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach Sonnetür. Oh, die Expedition ist auch wieder da. Mhm, mhm. Ich probiere hier jetzt nochmal die letzten Dinger zu bekommen. Oh, mhm. Oh, mhm. Hi. Oh, mhm. Wow, all sorts of things popped out. Yep, it's a whimsical wonderland over here. Kaput. Dachte ich mir doch, dass es da eine Brücke schlägt. Oh, mhm. Okay. Oh, mhm. Oh, mhm. Hey, nomina, das ist so verwirrend aufgebaut. Oh, mhm. 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 So, wir gehen noch durch die Tür. Und das sieht aus, als ob wir fast oben sind. Und das bedeutet, jetzt ist übrigens auch die Demo installiert, nicht mehr nur runtergeladen, dass ich euch vielmals fürs Zuschauen danke und wir uns morgen wiedersehen, wenn wir in Nominat weiter vorstoßen. Dann macht's gut, bis dahin, ciao!